Friede sei mit euch. Mir wam. Preise dem Herrn, dass wir unseren Herrn Jesus haben. Slaue Bogu, dass wir unseren Herrn Jesus haben. Er ist die Kraft, er ist all das, was uns zum Leben, was wir brauchen. Er ist der Kraft und all das, was wir für unsere Leben brauchen. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen. Ich möchte euch heute über eine Frage sprechen. Und ich möchte euch erst mal eine Frage stellen. Aber ich möchte euch vorhin eine Frage stellen. Was meint ihr, was ist der größte Fluch und auch der größte Segen für einen Menschen? Как вы думаете, что является самым большим проклятием и самым большим благословением для человека? Also vom Menschen aus gesehen, bei sich selbst. Исходя из человека, исходя из самого себя. Ihr dürft reinrufen, ja. Ihr dürft reinrufen. Ihr dürft reinrufen. Ihr dürft свободно выkrieкивать. Bruder Gero. Das ist richtig. Самое большое благословение, это быть с Богом, а самое большое проклятие, это быть без Бога. Und woran entscheidet sich das? И в чем оно измеряется? Durch die eigene Wahl des Menschen, nicht wahr? Посредством личного выбора человека. Ein Mensch entscheidet sich entweder für Gott oder gegen Gott. Человек решает себя, либо быть с Богом, либо быть без Бога. Der eigene Wille des Menschen. Das ist das, was einem Menschen fluch oder auch Segen bringen kann. Это то, что может человеку принести, либо проклятие, либо благословение. Und mein Thema wird heute heißen, du hast die Wahl. И сегодня моя тема будет называться, у тебя есть выбор. Vielleicht habt ihr mitbekommen, nächste Woche werden in Amerika die Wahl stattfinden. Может быть, кто-то из вас слышал, на следующей неделе в Соединенных Штатах Америки будут происходить выборы. Ich denke, die ganze Welt schaut zu, wer wird der neue Präsident in Amerika, in den USA. Я думаю, что весь мир наблюдает за тем, кто же станет новым президентом в Америке. Weil das ja sehr große Auswirkungen hat auf das Weltgeschehen. Потому что это будет иметь огромные последствия во всем мире. Und die Menschen werden für eine Wahl gestellt, wen wählen sie aus? И люди будут поставлены перед выбором, кого же они выберут. Und diese Wahl, die sie getroffen haben, wird später auch ihr Schicksal entscheiden. И тот выбор, который они сделают, будет являться потом, впоследствии, будет иметь определенные последствия для них. Ich möchte ein bisschen abweichen, um in dieses Thema einzusteigen, mit einer anderen Frage beginnen. Я бы хотел немножко отклониться от темы, и для того, чтобы потом продолжить, с другой темой начать. Ich bitte euch gleich, dann alle die Hand zu heben, wenn ihr mir auf die Fragen antwortet. Я прошу вас всех поднять руку, когда вы будете отвечать мне на мой вопрос. Wer von euch glaubt daran, dass die Bibel Gottes Wort ist? Кто из вас верит, что Библия это Божье Слово? Fast alle, okay. Почти что все, хорошо. Wer glaubt, dass Gott keine Fehler macht? Кто верит, что Бог не делает ошибок? Okay, auch gut, auch die meisten. Тоже хорошо, в основном все. Wer glaubt, dass die Bibel keine Fehler hat, und auch keine Widersprüche? Кто верит в то, что в Библии нет никаких ошибок и никаких противоречий? Interessant, das sind schon etwas weniger. Interessant, уже немножко меньше. Was ist, wenn ich euch sage, dass ich paar Widersprüche gefunden habe? Что будет, если я вам скажу, что я нашел несколько противоречий? Ich denke, die Brüder werden jetzt aufmerksam zuhören, dass ich bloß nichts Falsches sage. Я думаю, братья сейчас будет внимательно слушать, чтобы я не сказал. Keine Sorge, ich werde das auflösen. Чего-то, не переживайте, я сейчас все открою. Ich habe mehrere Widersprüche gefunden. Я нашел много противоречий. Die auf den ersten Blick so erscheinen. Которые выглядят таковыми на первый взгляд. И я нашел два противоречия в распятии Иисуса. Которые, возможно, могли бы прийти со стороны атеиста или с того, кто критикует Библию. Я бы хотел их назвать и потом продолжить со своей темой. Первая противоречия. Время, когда был распят Иисус. Смотрите, Johannes schreibt, dass um die sechste Stunde war Jesus bei Pilatus. Обратите внимание, Иоанн пишет, что Иисус был в шестом часу у Пилата. Johannes, Kapitel 19, Vers 14. Könnt ihr das ausstrahlen? Евангелие от Иоанна, 19, глава, 14 стих. Посвятите, братья. Da könnt ihr lesen, dass Jesus um die sechste Stunde bei Pilatus war. Там вы можете прочитать, что Иисус был в шестом часу у Пилата. Die anderen Евангелия aber berichten, dass Jesus um die sechste und um die neunte Stunde schon am Kreuz hing und dort eine Finsternis kam über das Land. Другие Евангелисти описывают, что в это время Иисус Христос уже висел на кресте и уже было темно. Ein Widerspruch. Это противоречие. Я надеюсь на то, что это сейчас не пошатнуло вашу веру. Wir müssen einfach nur die Hintergründe verstehen. Мы должны понимать фон. Johannes benutzt die römische Stundenzählung, wie auch unsere Zeit. Иоанн, для того, чтобы описать это событие, он употребляет римское время, исчисление, как мы это делаем сегодня. Also nach unserer Zeit war es tatsächlich sechs um morgens, wo er bei Pilatus stand. По нашему времени это действительно было шесть часов утра, когда он стоял перед Pilатом. Und die anderen, die synoptischen Евангелия, berichten über mit der jüdischen Zeit. А другие synoptические Евангелия, они используют еврейское время, исчисление. Da beginnt die Stunde null, quasi um sechs Uhr morgens unserer Zeit. Там ноль часов начинается в шесть часов утра. Also war sechs Uhr nach den anderen Евангелия, zwölf Uhr mittags. И это получается, по другим Евангелиям, шестой час, это было двенадцать часов обеда. Ganz einfach, wie der Spruch gelöst. Очень просто противоречие решилось. Ich habe noch einen zweiten. У меня есть еще второе. Versucht, selber irgendwie darauf zu kommen, wie man ihn lösen kann. Попробуйте сами разобраться в этом. Wir haben einen anderen Fall, auch in diesem Ereignis. Und das ist die Frage, die zwei Verbrecher, die mit Jesus hingen. В другом случае у нас есть тоже такой вопрос, там, где два разбойника висят со Христом. Und Matthäus und Markus schreiben, dass beide Räuber ihn geschmäht haben. И Matthäus и Марк, они описывают, что оба этих разбойника, они злословили Иисуса. Ihr könnt mal aufschlagen, Matthäus 27, 44. Вы можете открыть, это Matthäus 27, 44. Wir sehen, dass beide ihn geschmäht haben. Мы видим, что оба злословили Иисуса. Jetzt schlagt mal bitte Lukas 23 auf, Vers 39. Теперь откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки 23, 39. Und hier lesen wir davon, dass nur einer ihn geschmäht hat. Но здесь мы читаем, что только один злословил. Und der andere lesen wir später, hat Jesus verteidigt und hat ihm dann gesagt, gedenk an mich, wenn du in deinem Reich bist. А во втором мы читаем позже, что он защищал Иисуса Христа и просил его, чтобы он вспомнил о нем. Haben jetzt beide gelästert, oder nur einer? Теперь вопрос, оба злословили или только один? Beides stimmt. Оба ответа правильные. Wir müssen in diesem Zusammenhang das Detail beachten, dass Jesus, wann Jesus das Essig gegeben wurde. Мы в этом рассматривании должны учесть, в тот момент, когда мы предложили уксус. Und wenn wir alles zusammenlegen aufeinander, и если мы это все сложим вместе, so sehen wir, dass erst beide ihn geschmäht haben. То мы видим, что вначале оба злословили его. Dann kam die Finsternis. И потом пришла Тьма. Dann hat Jesus das Essig bekommen. Тогда Иисусу предложили уксус. Und dann hat der andere verstanden, es ist etwas Übernatürliches, was hier passiert. И вот здесь второй понял, что здесь происходит что-то сверхъестественное. Wir hatten dann einen, der hat nichts begriffen, und hat weitergemacht zu lästern. Здесь мы имеем одного, который ничего не понял, и продолжал злословить. Der andere hat verstanden, das ist nicht normal, was hier passiert. А второй вдруг понял, здесь происходит что-то из ряда вон выходящее. Und wir sehen, wenn wir weiter uns in das Wort Gottes vertiefen, dass sich diese scheinbar oberflächlichen Widersprüche auflösen. Und dann kann ich euch sagen, ja, ihr habt recht gehabt, die ihr die Hand gestreckt habt, es gibt keine widersprüche in der Bibel. Wenn einer die Meinung hat, dass es doch welche gibt, dann liegt das Problem in unserem eigenen Verstand. Und ich möchte jetzt zurückkommen zu dem Thema, du hast die Wahl. Vielleicht habt ihr das verstanden mit diesem zweiten Beispiel, da gab es zwei Menschen, die hatten eine Wahl gehabt. Sie hatten die gleiche Ausgangssituation und mussten auswählen. Was machen sie jetzt? Ich habe meine letzte Predigt über meine zwei Söhne gehalten. Dass die beiden die gleiche Ausgangssituation haben, einer ist zufrieden, der andere nicht. Dass die beiden die gleiche Ausgangssituation haben, einer ist zufrieden, der andere nicht. Ich möchte jetzt nicht über sie sprechen. Ich möchte jetzt nicht über sie sprechen, weil ich habe gemerkt, dass nach dieser Predigt sehr viele zu mir gekommen sind und gefragt haben, ist der jetzt unzufrieden oder der? Nicht, dass dann einer in euren Augen schlecht dasteht. So, wir sehen hier diese zwei Menschen am Kreuz. Rechts und links von Jesus. Und man könnte jetzt sagen, ja, das geht darum, wenn man dieses Beispiel nimmt, es geht darum, sich für Jesus zu entscheiden. Ja, es stimmt natürlich. Ja, das stimmt natürlich. Die wichtigste Entscheidung in unserem Leben ist, sich für Jesus zu entscheiden. Und wenn wir das vernachlässigen, entscheiden wir uns natürlich gegen Gott. Und das bringt uns einen großen Fluch, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Ich möchte aber eine andere Bibelstelle noch dazunehmen, die bezieht sich auf uns alle, die gläubig schon sind. die sich zu dem Volk Gottes zählen. Und auch wir, die wir hier sitzen, haben eine Wahl zu treffen. Jeden Tag aufs Neue. Lass uns mal 1. Korinther, Kapitel 10 aufschlagen. Ich möchte lesen von Vers 1 bis den ersten Teil von Vers 5. 1. Korinther 10 ab Vers 1. Ich will aber nicht, meine Brüder, natürlich auch meine Schwestern, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Und jetzt ein ganz schlimmer Vers. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Schrecklich, nicht wahr? Wir sehen ein Volk, alle hatten die gleichen Voraussetzungen, alle hatten die gleichen Bedingungen, die gleiche Speise, das gleiche Trinken, sind alle durch das Meer gegangen, aber wir lesen in Vers 5, dass an der Mehrzahl Gott kein Wohlgefallen hatte. Was heißt hier Mehrzahl? Was bedeutet hier das für viele? Sind das 10%? Ich denke nicht, oder? Ich denke nicht. Sind das 50%? Может быть половin, 50%. Also wir verstehen, wenn es um eine Mehrheit geht, müssen das mindestens 50,1% sein. Wir verstehen, dass wenn es um eine Mehrheit geht, um die Mehrheit geht, um die Mehrheit, um die Mehrheit zu haben, muss man 51% haben. Und in diesem Fall war es aber so, dass nur zwei Männer in das Heilige Land eingegangen sind. Das war Josa und Kaleb. Das war Josa und Kaleb. Und das ganze Volk hatte aber eine Wahl zu treffen. Hören wir auf das, was Mose zu uns spricht? Hören wir auf das, was Gott von uns möchte? Oder machen wir unser eigenes? Oder wir machen das zu einem und das wurde zum Verhängnis. Und das wurde ihm so wie ich denke, so mache ich das jetzt. Wir lesen dann weiter in den Versen, was sie alles getrieben haben. Ich begehre das. Ja, ich will das haben. Sie haben Götzendienst gemacht. Unsucht getrieben. Christus versucht, gemurrt, wir sehen, das sind alles, vielleicht in unseren Augen, schlimme Sünden. Aber wir müssen das, wenn wir das lesen, sehen wir, dass es zu unserem Vorbild geschrieben wurde. Und wir müssen das mit geistlichen Augen betrachten. Und liebe Geschwister, es hängt von uns ab, für was wir uns entscheiden. Wir alle haben Fehler. Wir alle haben Fehler. Wisst ihr, aber wenn wir an diesen Ort kommen, um gemeinsam mit Gott Gemeinschaft zu haben, dann dringt das Licht Gottes in unsere Herzen. Der Herr spricht zu uns. Бог говорит zu uns. Natürlich haben wir die Wahl, hierher zu kommen oder auch nicht. Wir haben aber dann auch die Wahl und die Pflicht, das Richtige zu erwähnen, hier mitzunehmen. Wenn wir an diesen Ort kommen und genauso wieder gehen, wie wir gekommen sind, und meinen, nein, wir möchten unseren eigenen Weg gehen, so wie ich lebe, so denke ich, dass es richtig ist. Ich habe diese Wahl gemacht. Auch wenn in der Kirche was anderes gepredigt wird, auch wenn das Wort Gottes vielleicht etwas anderes sagt. Aber ich möchte mein eigenes Ding durchziehen. Dann zählen solche Menschen genauso wie diese Israeliten, die nach ihrem Willen gelebt haben. Wisst ihr, nur hier zu sitzen und nichts zu tun, das wird uns nichts bringen. Wenn wir hier rausgehen, müssten wir jeden Tag eine Wahl tätigen oder eine Wahl treffen. Vielleicht gehen wir hier raus und wir sind so wie dieser Verbrecher, der nichts verstanden hat. Der weiterhin sein Leben lebt und weiterhin lästert. oder sind wir der, der hier etwas verstanden hat. Oder sind wir der, der hier etwas verstanden hat. Ich muss an meinem Verhalten etwas ändern. Мне нужно etwas in meinem Verhalten Dieses und jenes muss ich aus meinem Leben vielleicht entfernen. Das ist Gott nicht wohlgefällig. Das ist Gott nicht wohlgefällig. Und dann sagen wir, Jesus, gedenke doch an mich. Ich habe das verstanden. Ich möchte so leben, wie du es sagst. Ich habe das verstanden. Ich möchte so leben, wie du es sagst. Ich wähle dich. Ich wähle dich. Ich möchte dich haben. Ich möchte dich haben. Und diese Wahl, die wir für Gott treffen, werden wir niemals bereuen. Und ich muss euch sagen, Geschwister, lass uns nicht warten, bis wie bei den Verbrechen, dass eine Finsternis kommt. Wenn du merkst, dass es in deinem Leben Sachen gibt, die nicht richtig sind, dann warte nicht darauf, bis Gott eine Finsternis schickt. Eine unangenehme Situation im Leben, die dich aufrütteln soll, sondern lass uns jetzt, wenn wir das Wort Gottes hören, das Wort aufnehmen und versuchen, das umzusetzen mit Gottes Hilfe und versuchen, das zu tun, mit Gottes Hilfe zu tun. Möge der Herr uns allen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Da pomocht nam всем, Gott, сделать правильный выбор. Der segne euch. Amen. Da blagastet es sich, Gott. Amen. Amen. Vielen Dank.